Also die Mitarbeiter, die sind echt spitze, die geben dir, wenn du Hilfe brauchst, sind sie sofort da und sie sagen, das machst du gut. Sie sagen auch, was falsch ist, was man besser machen kann, aber nicht im Negativen, sondern im Positiven. Und ja, die Schüler, die, ich bin ja im ersten Ausbildungsjahr und dann haben wir zweite und dritte und die unterstützen auch den Unterkurs sozusagen und sagen, so geht es. Und man kann auch denen um Hilfe bitten, die sind einfach für jemanden da, die sind Schüler einfach auch wichtig.